hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal heute geht es um die umänische dark doom black metal band kataros 13 diese veröffentlicht ein neues video mit dem titel no sun swims thunderred ein titel aus dem neuesten album der band mit dem titel palindrome das letztes jahr über laut reich music veröffentlicht wurde das video wurde von dem langjährigen freunde band lexandro das gedreht no sun swims 100 zeigt den gast von gabriel almasi für einige bezaubernde theramin passagen die ds pro studios wurden von adila lunkinic und in den sound creation studios von sapat aufgenommen das war es auch schon wieder wenn es euch gefallen hat dann lasst einen daumen da schreibt was in die kommentare oder abonniert unseren kanal bis zum nächsten mal macht's gut